Death May Die – ein kooperatives Brettspiel von Rob Daviau und Eric M. Lang mit Illustrationen von Adrian Smith, Carl Kopinski, Nicolas Fructus, Richard Wright und Philippe Pagliuso für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren. Dauerlaut Hersteller 90 bis 120 Minuten. Erschienen bei Cool Mini or Not und Guillotine Games. Worum geht's? Wieder einmal wollen irre Kultisten einen großen Alten beschwören, der unsere Welt zerstören will, aber wir werden das verhindern. Sollten sie es dennoch schaffen, dann töten wir ihn einfach, sobald er auftaucht. Falls wir dabei sterben oder den Verstand verlieren, dann tun wir das zumindest als Helden. Spielvorbereitung Storytableau, Marker und Würfel bereitlegen. Einen großen Alten auswählen und das Material aus der Box nehmen. Dessen Figur auffällt eins der Beschwörungsleiste stellen. Schergenübersichtskarte unten links auf das Storytableau legen. Mythoskarten und Marker bereitlegen. Die Stufenkarten des großen Alten aufgedeckt in aufsteigender Reihe in die Mitte links des Storytableaus legen. Eine Episodenbox wählen und das Material herausnehmen. Mythoskarten, Entdeckungskarten, Episodenkarte und Marker bereitlegen. Monsterübersichtskarte unten rechts auf das Storytableau legen. Für alle auf den Übersichtskarten aufgeführten Gegner die Figuren bereitstellen. Spielplan wie auf der Rückseite der Episodenkarte beschrieben aufbauen und die Karte dann in die Mitte auf das Storytableau legen. Die Mythoskarten mischen und als verdeckten Stapel bereitlegen. Entdeckungskarten mischen und ebenfalls verdeckt bereitlegen. Jeder wählt einen Ermittler und nimmt sich dessen Figur und das Ermittlertableau. Die Figur in eine farbige Basis stecken. Alle Ermittler auf das Startfeld der gewählten Episode stellen. Sechs Tentakelmarker der gewählten Farbe wie folgt auf das Ermittlertableau platzieren. Je einen auf das erste Level der drei Fertigkeiten, je einen auf das linke Feld der Wundenleiste, der Stressleiste und der Leiste für geistige Gesundheit. Psychosekarten mischen und eine an jeden Ermittler austeilen, den Rest zurück in die Schachtel. Psychose offen neben das eigene Tableau legen. Einen Startspieler zufällig bestimmen, der bekommt den Stapel mit den Mythoskarten und beginnt. Spielablauf Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Der aktive Ermittler führt in seinem Zug vier Schritte aus, danach ist der nächste dran. 1. Drei Aktionen ausführen Der Ermittler führt drei beliebige Aktionen, auch die gleiche mehrmals, aus. 2. Mythoskarte ziehen Oberste Karte vom Stapel ziehen, ausführen und dann offen auf den Ablagestapel legen. 3. Ermitteln oder kämpfen Steht der Ermittler auf einem sicheren Feld, ein Feld ohne Gegner, die oberste Karte vom Entdeckungsstapel nehmen und den Text in der mittleren Spalte vorlesen und sie abhandeln. Steht der Ermittler auf einem nicht sicheren Feld, wird er von allen Gegnern auf diesem Feld angegriffen. 4. Ende des Zuges Zuerst mögliche Effekte abhandeln, die am Zugende eintreten. Steht der Ermittler in Flammen, für jeden Feuermarker eine Feuerprobe ablegen. Befinden sich jetzt im Mythosablagestapel drei Beschwörungssymbole, wird der große Alte oder dessen Marker ein Feld vorgerückt. Effekte entsprechend der Stufenkarte abhandeln und anschließend alle Mythoskarten im Ablagestapel zurück in den Stapel mischen. Wurde das Ritual unterbrochen oder hat der große Alte das erste rote Feld erreicht, erscheint er in unserer Welt. Den großen Alten auf das Feld des Ermittlers stellen und seinen Marker an seiner Stadt auf die Leiste legen. Stufe 1 Karte neben das Tableau legen und die Enthüllungseffekte der zweiten Stufe abhandeln. Hat der große Alte auf seinen Stufenkarten Effekte, die am Rundenende eintreten, diese jetzt abhandeln, in aufsteigender Reihenfolge der Stufen. Jetzt ist der nächste Ermittler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Spielende Das Spiel endet mit einem Sieg der Ermittler, wenn der große Alte getötet wurde. Letzte Stufenkarte besiegen Die Ermittler verlieren Wenn ein Ermittler getötet oder wahnsinnig wird und der große Alte noch auf seiner Leiste steht. Alle Ermittler tot oder wahnsinnig sind, wenn der große Alte beschworen wurde oder der Fortschrittsmarker das letzte Feld auf der Beschwörungsleiste erreicht. Hallo, danke fürs Anschauen. Gefallen dir unsere Videos? Dann gib uns doch gerne einen Daumen hoch. Damit unterstützt du uns sehr. Mehr davon? Dann schau dir doch auch dieses Video an und klick aufs Abo unten rechts, um nichts mehr zu verpassen. Quigli Der schnelle Überblick Und dann schau dir doch malли bytes! Dann schau dir doch auch das Kind. Ich denke, ich kann es eben nicht mehr zu verpassen. Dann schau dir doch auch das Kind. Vielen Dank.